Yes, Freunde, endlich ist sie da, die brandneue Fennec Allround. Und wie der Name schon sagt, ist das ein echter Alleskönner mit zahlreichen Möglichkeiten. Zum einen haben wir hier eine klassische Feuerschale, wo wir ein schönes Lagerfeuer machen können oder auch mal einen Flammax grillen können. Dann können wir das Ganze aber auch ruckzuck in einen Schwenkgrill umbauen oder in einen Feuerplattengrill. Ja, und ihr seht ja auch schon den praktischen Ständer, da können wir die Zubehörteile sehr schön aufgeräumt drin lagern. Da gibt es auch noch eine Abdeckhaube für, dass das Ganze vor Wind und Wetter geschützt ist. Alle weiteren Teile, die finden hier in dieser Eurobox Platz und da ist auch noch deutlich Platz für mehr. Und so haben wir immer alles schön sauber, griffbereit und ordentlich. Auch sehr cool, für sämtliche Möglichkeiten müssen wir keine einzige Schraube schrauben, also alles reingesteckt. Man kann super easy zwischen den ganzen Varianten switchen. Aber fangen wir doch jetzt erstmal hier mit der Basis an. Ja, die Füße unserer Feuerschale, die werden wie gesagt hier einfach eingesteckt und mit so einem Splint gesichert, also super easy. Und auch unser Hitzeschutzblech, das können wir hier einfach ohne Demontage der ganzen Feuerschale eindrehen und einhaken. Und so haben wir hier zum einen unseren Boden geschützt, aber können hier auch Sachen abstellen oder sogar Speisen warm halten. In der Mitte der Feuerschale haben wir so ein Ascheblech. Das können wir rausnehmen und Asche einfach rausfegen in den Eimer, der darunter steht. Sehr praktisch. Außerdem haben wir hier eine Halterung für unser Grill, Werkzeug und auch einen Brettchenhalter, den wir hier an der Feuerschale befestigen können. Da haben wir Brettchen und auch nochmal Haken für Material. Das Brett, das können wir auch einfach entnehmen und wieder einsetzen. Also sehr, sehr praktisch. Den Fennec Flammlachshalter aus Edelstahl, den können wir hier wie gesagt auch wunderbar benutzen. Und insgesamt haben wir auch einfach eine super Fläche für ein schön großes Lagerfeuer. Will man das Ganze mal abbauen, so kann man Füße und auch Hitzeschutzblech wunderbar in der Feuerschale verstauen. Das Ganze mit diesem stylischen Deckel verschließen. Und so kann man es ja entweder lagern oder auch transportieren. Als nächstes wollen wir unsere Feuerschale in einen Feuerplattengrill verwandeln. Dafür schnappen wir uns diese Teile hier und stecken die einfach in unsere Füße ein. Dazu kommt noch ein Windschutzblech. Das können wir ganz einfach montieren hier. Und das schützt zum einen unser Feuer vor dem Wind, aber auch unsere Beine vor der Hitze. Und ihr seht, am Rand ist hier extra ein Schlitz gelassen, dass unser Feuer ausreichend Sauerstoff bekommt und die Hitze dahin kommt, wo sie hingehört. Nämlich an unsere schöne 6 mm Stahlplatte. Die legen wir hier noch auf und schon ist unser Feuerplattengrill im Prinzip fertig. Dazu kann man hier noch eine Wokkrone aufsetzen, dass nichts ins Feuer fliegt. Oder ja, dass man eben ein Wokk draufstellen kann oder eben dieses schöne massive Edelstahlgrillrost. Das kann man entweder auf die Wokkrone aufsetzen oder auch ohne Wokkrone einfach auf die Platte. Der Lochdurchmesser der Feuerplatte ist übrigens so gewählt, dass man hier ganz bequem Feuerholz nachlegen kann, ohne sich groß verbiegen zu müssen. Und selbstverständlich findet auch unser Brettchenhalter hier an unserer Feuerplatte seinen Platz. Sehr, sehr praktisch. So hat man immer all sein Grillwerkzeug und auch ein Schneidebrett für das Grillgut parat. Als nächstes soll unser Allround in einen Schwenkgrill verwandelt werden. Auch das ist super easy. Wir schnappen uns hier die zwei Teile des Arms aus der Halterung, stecken sie fix zusammen. Dazu kommt noch eine Kette, an der später das Grillrost befestigt werden soll. Hier über die schöne große Umlenkrolle. Das Grillrost hat hier so drei Ketten. Da können wir diesen Halter dran befestigen. Ja, und das Ganze dann aufhängen. Wir haben übrigens hier auch kein Dreibein. Dadurch das Ganze von allen Seiten super zugänglich. Wir können das Ganze hier in verschiedenen Höhen feststellen, mit Sicherung gegen unersichtliches absenken. Ja, und haben hier einen super Schwenkgrill. Außerdem haben wir noch eine weitere Funktion, die sehr, sehr nützlich ist. Denn wenn wir unser Rost auf höchster Stufe einstellen, haben wir hier so einen Stift, der das Ganze fixiert. Wenn wir jetzt unser Grillgut wenden wollen, wackelt das Rost nicht hin und her und uns fällt nichts herunter. Das schöne massive Grillrost aus reinem Edelstahl ist übrigens extra aufwendig poliert für ein super Handling und eine leichte Reinigung. Und natürlich finden auch hier unsere kleinen Helferlein wieder ihren Platz. Und ja, Freunde, so macht das Grill noch Spaß, oder? Was meint ihr? Abschließend vielleicht noch zu erwähnen ist, dass man sich das Ganze komplett individuell zusammenstellen kann. Also welche Funktionen man hier haben möchte. Man muss nicht immer das komplette Set kaufen. Man kann sich auch allein die Feuerschale einzeln kaufen oder eben Feuerschale nur mit Feuerplattenfunktion oder nur mit Schwenkgrillfunktion. Also komplett alles individuell zusammenstellbar. Genauso auch das umfangreiche Zubehör, was es hier noch optional gibt. Das Flammlachsbrett habe ich euch ja schon gezeigt. Hier eine schöne Grillzange, mit der wir das Rost auch wunderbar herausheben können, ohne uns die Finger zu verbrennen. Wir haben hier außerdem auch optional einen Schaber, mit dem wir die Feuerplatte reinigen können und das Ganze hier auch wunderbar in der Glut entsorgen können. Apropos Glut, hier haben wir auch noch einen Schürhaken, mit dem wir unsere Glut bearbeiten können, ohne uns die Hände zu verbrennen. Ja, den Halter habe ich euch ja schon gezeigt, genauso wie hier den Brettchenhalter. Einen Burger-Smasher haben wir für das schöne Smashed-Burger auf der Platte oder einen Wender. Und genauso auch hier die Eurobox und den Ständer. Alles optional erhältlich und wie gesagt, super individuell zusammenstellbar. Also alles in allem wirklich ein mega Teil und wie der Name schon sagt, eben ein echter Allrounder. Die gute Nachricht, ab sofort ist der Fennec Allround im Shop verfügbar. Und wer weiß, vielleicht bereichert das Teil schon bald deinen Garten.